Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Gott, das klingelt hier alles. Achso, Moment, ich habe einen neuen Auftrag. Da müssen wir natürlich erstmal umschalten, die müssen wir erstmal akzeptieren. So, gut. Von Tech Corporation, oder Tech Corp, so heißt das Spiel. Wir haben hier unsere eigene Firma gegründet, eine relativ kleine Firma momentan. Wir haben schon mal vier Mitarbeiter immerhin. Wir haben jemanden, der für uns quasi die Contracts ransucht. Wir haben einen Manager, der unsere beiden Programmierer davon überzeugt, dass sie für uns arbeiten sollen. Wer ihnen auch sagt, was sie machen sollen. So, von diesen Fotodingern haben wir sogar genug. Jetzt müssen wir mal ganz kurz... Also ich wäre mir echt verbunden, wenn man sagen könnte, man möchte... Also die Tasks, man möchte da mehrere Tasks hintereinander angeben. Und... Gut, später kann man hier wahrscheinlich an eigenen Produkten wahrscheinlich sagen, wir arbeiten an dem Produkt und dann arbeitet er das ab. Ich glaube, ein Manager ist hierfür noch nicht so ganz geeignet. Aber wir nehmen ihn einfach mal rein. Wir machen jetzt Videokomponenten und lassen die produzieren, bis wir davon sechs Stück haben. Und kümmern wir uns im Nachgang oder nebenher darum, dass wir einen Researcher finden. So, ein Researcher, der researchen kann. 40 ist jetzt erstmal... Warte mal, wir gehen erstmal nach ganz oben. Da sind wir alles noch Manager, 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 Manager. Wie kann ich denn sowas? Wie kann ich denn... Ach ja, Clearlist. Ah, okay. Da müssen wir noch den Researcher haben, müssen wir die Liste mal klären. So, wir haben aber auch erst das drei Angebote für Researcher. Ich denke mal, da lassen wir es noch ein bisschen laufen. So, noch ein paar Angebote kriegen, damit wir es vergleichen können. Und in der Zwischenzeit die Videokomponenten, die werden gemacht. Okay, wenn die fertig sind, dann werden wir nochmal die Pause reinhauen. So. Und dann werden wir hier die Liste gleich durchgucken. Aber vorher sagen wir natürlich unseren Manager. Nee, das müssen wir lieber nicht mehr machen. Machen wir mal noch wieder die... Was ist das hier? Database Komponents. Ah, okay. Sehr schön. So. Das haben wir durch. Achso, jetzt wollte ich die Liste durchgucken. Okay, Researcher. 40. Also der ist erstmal schon... Vanessa Jones ist erstmal unsere erste Kandidatin. Research 40. 40, 37, 58. Das kann man sich ja merken. 40, 37, 58. 50, 38, 58. James Smith ist bis jetzt unser Kandidat. Den wir einstellen wollen. Und jetzt heißt er Robert Rodriguez mit 50, 42, 59. Das ist schon mal sehr schön. Der hat 50, 49... Nee, 42. Okay. Dann würde ich jetzt sagen, doch lieber... Also das Programming. Also die kann beides. Mary Rodriguez nehmen wir dann. Die haben ja alle so einen komischen... Heißen ja alle Rodriguez hier. Mary Rodriguez. Das ist jetzt unser Kandidat, den wir haben wollen. Ja, den werden wir dann auch... Die werden wir auch einstellen. Hire. Hire. So. Clearlist. So, jetzt brauchen wir einen Researcher-Table. Engineers-Table oder Researcher-Table? Hm. Ich baue mir mal schon mal den Engineers-Table hier mit hin. Mal gucken, ob ich den da ran setzen muss oder ob es hier geht. Das geht hier. Assign Researcher. So. Der Researcher, der kann Teile. Hardware-Utilities. Aha. Research-Hardware. Desktop Generation 1. Geht nicht. Die Utility-Hardware Generation 1. Geht. Next Breakthrough. Okay. Äh. Warte mal. Ich wollte es mal gucken hier. Ach so, kann ich nicht. Okay. Gut. Dann würde ich sagen... Feuer frei. Leg mal los. Oh, das geht auch schnell. Das ist der Breakthrough dann hier. Interessant. So. Warte mal. Stopp. Nee. Mach weiter. Äh. Pause. So. Ähm. New Tech Discovered. 144p Technology. Erst Generate. Fifth Generation. Okay. Und was bringt mir das? Ich habe absolut keine Ahnung. Was bringt mir das jetzt? Dass ich das weiß. Dass ich das habe. Hm. Na gut. Okay. Gut. Er ist hier. Er researcht ja weiter anscheinend hier. Batterietechnologie. Okay. Hm. Hm. In Ordnung. Kamera. Okay. Oh, wir müssen unseren Manager mal umstellen. Und zwar muss der jetzt, hier meine Managerin, die arbeitet auch hart. Ähm. Wir müssen jetzt dies mit der Uhr machen. Wo ist das mit der Uhr? Da. Optimize Components. Okay. Macht mal. So. Ich weiß nicht, ob ich das verkaufen kann oder so. Audio Unit Technology. Zwei sind jetzt da am sich erholen. Einer arbeitet noch fleißig. Das ist erstmal ganz gut. Ähm. Bluetooth Technology. Oh. Oh Gott. Schön. So. Haben wir fünf haben wir jetzt. Wir müssen nur einen sechsten haben. Aber naja gut. Kriegen wir bestimmt noch hin. HDD Technology. Okay. Also die ist ja fleißig am Arbeiten hier. Die macht ja immer weiter. Research Technology. Utility. Gen 1. DPU Technology. DPU Technology. Erste Generation haben wir das. Also das geht ja richtig fix hier. Ich weiß bloß nicht, was ich damit machen kann. Na gut. So. Das nächste. Stop mal. Kann ich schon mal irgendwas anderes? Nö. Hast nur das. Okay. Mach einfach weiter. Funktioniert ja. Ähm. Und hier hinten die sieben Komponenten. Die müssen wir dann auch nochmal irgendwann fördern. Achso. Wie. Achso. Jetzt sind wir durch? Okay. DPU Technology. Das heißt wir haben jetzt den ersten Komplettsatz durch. Oder wie. Also. Okay. Verstehe ich noch nicht. Egal. Software Creation. Prototyping. Shop. Hm. Finanzen. Kann man den Kredit aufnehmen hier? No Loans available. Okay. Also nicht. Ähm. Ja. Dann würde ich sagen. Mach da weiter. Das ist ja. Gibt ja nicht anders. Mehr haben wir jetzt gerade nicht zum Researchen. Und wenn sie was zu Researchen brauchen und haben will, dann soll sie das nehmen. So. Wir sind jetzt hier gleich fertig. 39 Tage left. Also das war auch wirklich knapp. Großer knapp muss ich ehrlich sagen. Dann müssen wir nochmal gucken wie wir das machen. Dann deliveren wir das mal. Und dann haben wir hier das nächste. Wir können jetzt einen Prototyp machen. Okay. Click on the first. Pause haben wir. Click on the first button on the menu below. Begin prototyping. Okay. Prototyping. Oh. Ach du ahnst es ja nicht. Was sagt der Advisor da unten? The parts of the left or right side represent hardware parts that the researcher discovered. Drag them into the middle to create your first blueprint. Short term, long term. Wir haben ja alle nur long term Sachen hier. Okay. Oh das wird gar nicht mehr so billig. Ich kann vier Produkte in die Mitte machen. Mehr nicht. Und was mache ich denn? CPU Generation 1. Okay. So. Kostet 1,2 Kilo. Successful 2%. Das sind 5 Tage. Und was habe ich denn? 10 days. Komm. Ein Festblatt ist nicht schlecht. Und vielleicht noch eine Audio-Unit. Blueprint 0. Oh Gott. Dann hätte ich mal einen Namen geben können. Now they have a blueprint. Let's hire an engineer to keep working on them. Note that blueprints have different success rates. That depends on your engineer skill level and well as parts Kompatibilität. Ah okay. Keine Ahnung was wir denn machen. Blueprint 01. Wir haben keinen Engineer. Das heißt wir brauchen einen Engineer. Klos das mal. Da kann ich hier wahrscheinlich jedes Mal wieder draufklicken oder so. Keine Ahnung. So. Das sind die Employees die ich besitze. Das ist die Liste die ist leer. Ich hätte jetzt ganz gerne einen Engineer. Dem Engineer ist nichts zu spür. So. Okay. Dann holen wir den mal ran. So. Hetzt los hier. Oh. Warte mal. Wir haben hier einen neuen Auftrag für 5 Monaten. Hier wo wir ein bisschen Geld verdienen können. Das ist schon mal nicht schlecht. UI Komponente haben wir schon. Optimize Komponente. Was machst du gerade? Optimize Komponente. Dann mach doch mal das Optimieren der Komponenten. Ich mach da mal drei Stück fertig. Kamerakomponenten. New Technology. New Technology. New Technology. So. Und dann können wir jetzt mal ganz kurz gucken hier. Wir brauchen natürlich einen guten Ingenieur. Wir brauchen natürlich einen guten Ingenieur. Da gewesen hier. Dann nehmen wir den doch glatt. Fire. Fire. So. So. Fire. Fire. Clear list. Hier. Okay. Earn. 45k vom Contract. Na ja gut. Okay. Das kriegen wir ja dann wieder hin. Machen wir hier eine Pause. Mein lieber Manager. Du musst mal ganz kurz hier was anderes produzieren. Okay. Warte mal. Den machst du jetzt auch fertig. So. Und dann machen wir hier davon ein paar. So. Oh. Blueprint ist gleich fertig hier. So. Pause. Okay. Prototrap. Free Parts haben wir geschafft. New Parts available. CPU Mobile. CPU Generation 1. Accept. Äh. Okay. 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 Close. Okay. Was kann der jetzt noch machen? Da muss ich mal ein Blueprint für machen. Ähm. Okay. Aber ich kann jetzt auch einfach hier sagen. Okay. Ich möchte jetzt das Teil noch haben. Machen wir das Teil noch. Das Teil noch. Und das Teil noch. Start. William Jones. Start. Open02. Keine Ahnung. Die Namen sind natürlich ein bisschen doof. Aber es wird zu machen. So. Ähm. Oh. Die ist. Wer ist die sitzt hier eigentlich? Ah. Marius Researcher. Die researcht gerade. Der muss ich mal eine Pause verschaffen. Sonst wird das hier nichts. So. Die sieht nämlich schon ganz schön fertig aus. Gut. Dann playen wir jetzt mal weiter. Also lassen wir es mal weiterlaufen hier. Hat die eigentlich überhaupt irgendwas zu tun? Ach ja. Die macht da hier. Äh. Ah ja. Generation 2. Also. Das ist schon interessant. Was wir hier wieder machen müssen alles. Äh. Da nochmal 4. Hier wird aber daran gearbeitet. Okay. Dann lassen wir es mal durchlaufen hier. Networking Components. Da brauchen wir 6 Stück von. Komm mal gucken, dass wir das hinkriegen. Und. Ja. Sie geht hier denn demnächst gleich hier mal in die Pause. Wenn hier die ersten von dem Sofa wieder wegkommen. Also ich glaube ich muss im nächsten Sofa hier irgendwo reinstellen. Äh. Kann ich denn die Möbel eigentlich wieder umstellen oder so? Geht das? So. Ah. Hier haben wir jetzt was Neues. Okay. Momentchen. Wir müssen mal kurz Pause machen. So. New Part Available. Audio. Audio Unit. Accept. Äh. 1044p. GPU. Okay. Und eine Batterie. Aber wo kann ich denn das denn? Software Creation. Wo kann ich das denn zusammenbauen mal? Hm. Hab überhaupt keine Ahnung. Aber wir können auch Bluetooth machen wir jetzt hier noch. Start mal. So. Mal los. Erforsch uns mal das Bluetooth da. Ein Blueprint 03. Komplett. Ich weiß auch nicht, ob die Namen irgendwas aussagen oder nicht. Oder ob das denn irgendwas miteinander zu tun hat. Ich weiß auch nicht, warum man jetzt auf einer Kamera Unit quatscht. Aber naja. Gut. Was willst du machen? No Blueprints Available. Klar. Weil wir jetzt. Ah ja. Jetzt haben wir hier Display und Batterie Level 2. Wie viel Geld haben wir hier überhaupt noch? Naja. Das geht noch. So. Start Engineering. So. Wie sieht es hier aus mit der Software. Netzwerk Komponenten haben wir jetzt drei. So 116 Tage sind nur noch über. Da muss jetzt aber langsam was passieren. So. Gut. Sie macht gerade eine Pause. Ich werde mal hier noch so einen. So einen Couchtisch boosten. Kaufen. Boosten sag ich schon. Den stelle ich mal hier hin. Zack. Da können noch ein paar sitzen. Dann können wir noch einen. Hier so einen Wasserspender mal hinstellen. Und. Oh. Der ist aber groß. Der Fernseher. Naja. Direkt vor die Tür stellen. Naja. Komm. So. So. Das sollte denn. Für Erholung sorgen. Beziehungsweise sollten die Leute denn hier ab und zu ein bisschen was machen können. So. Und dann haben wir hier jetzt. Was machen wir hier? Research. Test. Discovered. Audio Unit. Zweite. Closed. Kamera Unit. Okay. Ach Gottchen. Hier ist ja. Oh Gottchen. Hier hat es alles gekommen. Die Netzwerk Komponenten sind auch fertig. Moment. Äh. Stopp. So. Kamera Komponenten musst du jetzt noch machen. Drei Stück. Machen wir schnell. Oh. Das geht fix. Und dann müssen wir gleich nochmal gucken. Hier der Researcher oder so. Was der da macht. Ich glaube der ist nämlich komplett durch mit dem ganzen Zeug was er da machen muss. So. Kamera Komponente. Da. HDD Technology. Hat er researched. Also da machen wir ja schon zweite Generation jetzt mittlerweile. Äh. Das finde ich ja schon mal ganz gut. Stopp. Und mach mal davon noch ein paar. So. Gut. Ähm. So. Jetzt müssen wir hier mal ganz kurz was. Research. Die Research noch fleißig. Äh. Dann müssen wir mal Blueprint machen. So. Da haben wir ja einiges. Okay. Zack. 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 Rein damit. Starten. William kann loslegen. So. Blueprint 05. Äh. Ich hab noch keine Ahnung. GoToFactory kann man noch nicht. Aber wir müssen 45.000 verdienen. Ich weiß gar nicht. So. Okay. Das haben wir jetzt gekriegt. Alles klar. Brrr. Äh. Kann ich jetzt. Pause kann ich gerade nicht klicken. Nicht schlecht. Äh. Und to set up a factory. It doesn't have cost in the first time. But the rent will be higher. Okay. Ähm. We need to re-purchase your furniture. And assign your completed place again. Okay. Office Level 2. Upgrade kostet 0. Maximal haben wir 14 reinstellen. Also 14, äh, Möbel reinstellen. 12 Arbeiter. 8 Maschinen. Manfli kostet uns das 60.000. Das ist schon mal ganz schön teuer. So. Okay. Loans on our level. Available. Okay. Jetzt haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dass wir auch Geld, äh, uns ausleihen können. Na gut. Okay. Wenn's dann sein muss. So. Klicke on the Product Creation Button. Menü unlock the category TV. Kamera Audio. Und start creating your first product. Wo? Das ist ja noch alles. Ach, du ernstest nicht. Öh. Moment. Start creating an accessory. Okay. Ähm. Das geht natürlich nur hier. Product Creation Inventory. Order Materials. Machineshop. Okay. Ähm. Das war aber alles. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier. Kann ich jetzt hier einfach irgendwas anklicken. Ich mach mal TV. You are about to unlock Tech Category. Okay. Okay. Wir bauen, wir bauen einen Fernseher. Ähm. 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 Display. Select the part. Okay. Nicht benötigt, nicht benötigt, nicht benötigt. Ah ja, okay. Ähm. CPU haben wir erste Generation, Audio Unit haben erste Generation, haben wir Plastik. Okay. Ähm. Produkt your name, select your brand. There is no brand, select brand, create a brand. Your name for your brand. Hm. Wie nennen wir's denn? Steel TV. So. Wir sind ja. Great Brand. So. Ähm. Produktname ist. Warum ist das so rund? Kann ich dann irgendwie sagen, dass der anders aussieht? Nicht wirklich, ne? Hm. Ähm. Das ist der MX1. Nee, MX1 klingt so doll nach Auto. Ähm. Das ist der... Ähm. TV. Äh, warte, 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 haben wir. Wir haben 240p. Wie Zoll hab ich genommen? 12 Zoll hab ich genommen, oder? 10. 10 Zoll. Äh, TV. 10 in. Äh. Color. Ah, okay. Geht nicht. 10 inch. So, fertig. Okay. Ähm. Das haben wir ja alles durchselectet. Okay. Dann nehmen wir hier Sound Quality haben wir. Display Quality ist gut. Performance ist nicht so doll, sagt er. Ähm. Wiegt ein bisschen Haltbarkeit. Naja, gut. Okay. Nehmen wir mal das nächste. Oh, take a product picture. Ach, du ahnst es ja nicht. Steel TV. 10 inch. TV. 10 inch. Naja, okay. Wird mir vielleicht noch STV oder so nennen sollen. Damit das Steel von euch da mit drin ist. Naja, gut, okay. Kann ich nochmal zurück? Kann ich nochmal zurück, ne? Geht nochmal nach vorne. Warte mal. So, hier. STV. 10 inch. So. Next. Sieht besser aus. So. Äh. Ne Bild soll man davon machen. Okay, warte mal. Wir könnten erstmal hier farben. Wo habe ich denn? Äh. Hutschen. Das tut ja weh. Ähm. Der hellblau. Nee. Schwarz. Sieht ja alles scheiße aus. Was ist das für eine Farbe? Wo kommt die hin? Ach, die kommt da hin. Uiuiui. Das kann es ja kribbelbunt machen hier. Sieht aus wie ein Ei. Schwarz-Gelb. Ach, so sind die BVB-Fans gehofen. Äh. Schwarz-Weiß. Oder weiß-schwarz. Ich glaube eher schwarz-weiß, ne? So rum. So rum sieht besser aus. Das sieht schon mal ganz gut aus. Äh. Ähm. Mit Click to Recenter. So. Drag to Zoom. Achso. Okay. Dann kann man es rotieren. Das Ola-Ei. So. Warte mal. Nee, warte mal. So. Sieht ja furchterregend aus. Ähm. Ich habe absolut keine Ahnung, wozu das gut sein soll, aber wir machen einfach mal ein Foto davon. Oh. Hey. Ähm. Sieht man ja gar nicht mehr über die Beschriftung. Warte mal. Okay. Ähm. Müssen wir mal ein bisschen nach unten ziehen. So. Hier in die Ecke. So. Dann. Nee. So noch ein bisschen weggedreht. Ähm. Kann ich den? So kippen kann ich den nicht. Okay. Machen wir mal so mal ein Bild. Ach. So sieht gut aus. So sieht gut aus. Ähm. Kann man irgendwie die Verpackung vielleicht noch in einem anderen Fall? Naja gut. So. Oh. Was ist denn jetzt los? Ähm. Hier we have our product software drag the boost on the left into the slot on the right hand side to level up each software components you can produce boost by production a software component 10 times to create one boost. Ich habe absolut nicht verstanden, was du von mir willst, aber okay. Also ich kann jetzt hier Software Sachen dazu rüberschieben und dann wird er besser anscheinend. So. Für Videosachen muss ich ja natürlich Videomodul hier unten mal reinschieben. So. Ähm. Würde ich sagen. Videomodul. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Zwei. Damit die Performance besser wird. Battery Life. Security Mode. Optimized Module. Optimieren wir das mal noch. Und dann machen wir noch einen. Oh. Was ist das? Database Network. OS. Betriebssystem. UI. UI ist natürlich auch interessant. Oh. Gottes Willen. Was kann ich hier für. At uns habe ich natürlich keiner. Okay. Das ist ja schwierig. So. Database. Da muss ich natürlich ein Datenbankmodul reinmachen. Äh. Äh. Hier muss ein UI-Modul auf jeden Fall rein. Q&A kann man natürlich überall mit reinmachen. Optimize. UI-Modul kann man überall mit reinmachen. Und das kostet ja richtig noch Entwicklungsarbeit. So. Security. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Networking. Da brauchen wir auf jeden Fall. Von mir aus Cloud Storage. Hier. Christophers. User Experience. Networking-Modul. Wo wir wussten, dass ihr Cloud Storage Networking haben oder auch noch irgendwo. Ihr habt hier da. Network-Module. Optimizing. Das ist immer noch oben fliegt dann. Wenn man dann Optimizing schon mal rein und dann Optimizing rein. Okay. So. UI. Fürs UI brauchen wir natürlich UI-Module. Gar nicht so fürs... Kann ich das hier auch rausmachen? Ja. Obwohl. Warte mal. Das ist gar nicht so schlecht fürs OS. So. Wenn das OS ein Datenbank-Modul kriegt, ist das auch eigentlich nicht schlecht. Hier sind ja eh nicht viele Bugs drin. Aber wie kriege ich den Bugs raus? Secure? Ne. Aber das wäre schon nicht schlecht. Sicherheit. Kamera-Modul brauchen wir irgendwo. Audio-Modul. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. So. So ein Fernseher ohne Audio wäre ja auch doof, ne? So. Haben wir da mal OS. Okay. Battery-Life. User-Experience. Bugs geht da rum. Wie kriege ich denn die Bugs raus? Optimizing. Networking. Hm. Security. Ah. Security-Modul. Da gehen die Bugs raus. Okay. Da nicht unbedingt. Hier schon. Da auch. Da auch. So. Hier müssen wir die Performance beim UI noch ein bisschen verbessern. Wie wäre es denn? Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier richtig mache oder ob das viel zu teuer wird. Beim UI. Dann machen wir da noch ein UI-Modul dazu. Das ist doch super dann. Hier unten müssen wir irgendwas gegen die Bugs noch machen. Gucken wir das nette Werkzeug. So. Aber die Performance müssen wir da oben auch noch hoch kriegen. Wie kriege ich denn die Performance hier oben hoch? Performance 0, Performance 0, Performance 0, Performance 0,2 minus 0,8 Batterie. Okay. Also ich scheißegal, was ich hoch reinschiebe. Warte aber jetzt hier oben. Aha. Mach weg. So. Keine Ahnung. So. Okay. So. Jetzt müssen wir das hier noch irgendwie hinkriegen, so müssen wir irgendwie Bugs rauskriegen. Ähm. Okay, das bringt schon mal Bugs raus. Und das bringt Bugs raus. Also unser Network-Ding ist irgendwie nicht so ganz doll. Wir wollen, was hat uns denn das meiste an Bugs reingebracht? Dann machen wir nochmal komplett neu. Also das hat generell viele Bugs. Aha. Sehr interessant. Dann machen wir erstmal so. So. Jetzt machen wir hier noch ein Cloud-Dings wieder dazu. Und so ein bisschen Network-Unit brauchen wir ja auch. Und dann brauchen wir schon wieder Bugs. Ein Anti-Bug. Huh. Das ist kein Anti-Bug gewesen. Aber das schlägt ordentlich auf die Performance, ne? Scheiße. Also Networking, da kriegen wir noch nichts Gutes hin. Was habe ich denn danach vorhin eingebaut? QA. QA ist auch gut für gegen Bugs. Okay. Gucken wir mal, ob wir noch ein QA-Modul hier. QA sind also hier oben auch gut. Oh ja. Wollen wir da auch noch eins rein? Oh, sehr schön, ja. Nur das mit dem Networking. Das kriegen wir nicht sauber hin. Ich würde sagen, das lassen wir so. Also unser erster Fernseh-Level 1, das muss alles nicht ganz so doll sein hier. Ein bisschen verkaufen tut er sich. Und wer hat denn Anfang der 90er Jahre schon ein Network gehabt? So. Set up your marketing complaint. When you set up your product rates will be producing your first product for now we will outsource. outsource, but in the future you will be able to create an in-house in your factory. Okay. Okay. Launch in, äh, das können wir ja erstmal in 300 Tagen. Marketing-Budget machen wir, ähm. Ja, 39,9, okay, keine Ahnung, ich habe auch schon outsourcen, äh, samsung, was sind hier? Outsourcen, production, nee, come back, next, quality 70. Quality 100, aber dann ist doch, nee, ich würde das doch nicht zuhause produzieren. Kann ich das nicht mehr nochmal rückgängig machen, gar nicht outsourcen? Ich habe mich nicht reingeklickt. Stammt. Keine Ahnung, ob wie das jetzt funktioniert oder nicht. We don't have machines to manufacture our products, jetzt make sure they outsource at least 12k units for this launch. We don't have, okay. 5k units. Okay, ähm. We need least for marketing-budget for this. 40kb, ich habe schon mal gut eingestellt. Okay. So, here come some stuff nuclear has over. Oi, 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 create platforms, add-ons, create what you call add-ons on the products, you need things, oh, gosh. Okay, also mein lieber Advisor, da musst du jetzt mir noch ein bisschen helfen. Your product, äh, STV 10-inch is being created. Check out the new right side card created for your product and work on the requirement for launch. Ja gut, jetzt haben wir hier einen outgesourcen, ne? So, assign programmer marketing to start working at your product. So, ähm. Production-Prozess, Software-Progress. Das wird hart. Boah, wird das hart, das alles hinzukriegen. So, äh, wie viel Kohle habe ich denn? 200.000, na gut, das kann ja noch richtig hart werden hier. So, äh, kann ich mehrere, wenn ich Shift drücke? Nein, kann ich nicht. So, dann brauchen wir einen Manager-Table. Dann brauchen wir den Pool-Table, so gut. Engineer-Table. Und dann brauchen wir noch, das war's erst mal, ne? Äh, dann brauchen wir natürlich noch einen Kühlschrank hier. Einen Sofa gibt's hier nicht. Okay, hier gibt's kein Sofa. Ähm. Na ja, komm, hier noch so ein TV-Boost. Ach, du ahnst das nicht. Okay, jetzt passt hier nicht rein. Hm, passt nicht. Ähm. Dann nehmen wir hier noch so eine Snack-Maschine. So. Und ein Hockey-Table, weil Air-Hockey spiele ich auch selber gerne. So. Okay. Ähm. Ach du Gott, das lassen wir alles hier. So, jetzt kann ich hier erst mal unseren Engineer assignen. Dann kann ich hier erst mal die ganzen Leute assignen. wieder und hier den Manager assignen. So. Okay. So, wie krieg ich euch jetzt dazu, dass ihr da dran arbeitet? Ähm. Select-Task, Products, 10-Eng TV. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Stop-Task, nö. Ja. Arbeitet mal da dran. Das werden wir ja jetzt sehen. So, jetzt haben wir also keine Einnahmen. Sie arbeiten alle da dran. Eigentlich brauche ich ja dann den, 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 den Sets-Executor hier nicht mehr. Na ja, gut, egal. Mal gucken, was der da so bringt. Okay. Also, wir haben jetzt erst mal alles eingestellt. Was das jetzt hier wird am Ende und ob wir jetzt krachend pleite gehen, das sehen wir in der nächsten Folge. Wir sind auf jeden Fall schon mal in der Woche 45. Ich weiß noch nicht, ob das viel zu spät ist oder sowas. Ob wir da nicht in der ersten Phase schon wesentlich mehr investieren hätten sollen oder so. Aber, ja Gott, ne. Wir spielen das Spiel auch zum ersten Mal. Hui. Ich bin leicht überfordert. Muss ich ehrlich zugeben. Ich bin wirklich leicht überfordert. Aber, das wird schon werden. Also, wenn wir jetzt hier, Maschinen-Shop, haben wir noch nicht. Materials, bye, 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 bye. Units, null Units. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann da unten ja noch nichts klicken, außer hier in Produktreden. Und da haben wir jetzt ein TV gemacht. Also, das wird alles erst freigeschalten wahrscheinlich, wenn unser Fernsehen fertig ist. in ein paar Tagen. Ich bin mal begeistert. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Also, dann, wenn es euch gefallen hat, bis dahin, ne. Like und sowas. Bis denn. Tschüss.